so ja herzlich willkommen zum neuesten update 4k update und das kommt aber nicht sonntag wie ihr jetzt bemerkt ich habe mir einfach gedacht ich mache das mal heute an der freitag weil ich habe sowieso noch so viele videos schon in der worteschleife und jetzt mal wird gefragt man kommt mal wieder ein 4k update kommt gar keine 4k mal rein nein ich sag komm das bringe ich jetzt einfach weil wenn ich das wieder hinten dran hängen wurde da wird es auch noch ewig dauern da ich sag dann mache ich das jetzt einfach so zwischen zwischendurch ist jetzt ja ich sag mal ja ihr seht es schon ist eine gute menge sag ich mal man muss auch bedenken das ist für das ganze jahr also ich hatte wirklich jetzt alle filme die ich dieses jahr gekauft hat auch wenn ich mal einen schon in einer anderen update hatte das kommt dann wahrscheinlich erst später außer jetzt greenland glaube und hellboy die waren schon update aber alles die 4k filme die ich mir dieses jahr geholt habe dies jahr halt 2021 alle filme die kommission rein und das ist wenig sonst habe ich sowas in einem monat oder 23 weil es kam einfach nicht viel neuheiten das wisst ihr und da kann man auch nicht viel holen ältere sind ein paar älter dabei aber ich wollte jetzt nicht jeden alten ich habe ja dies ja viel wie soll ich sagen auf auto print filme gesetzt und noch viel auf blu-rays kann sich aber wie gesagt immer ändern und ja deswegen wollte ich heute einfach mal das 4k update zeigen ist ein bisschen deswegen nimmt euch zeit und guckt das video ja so ich habe die filme jetzt beiseite geschoben und da wollte ich sagen wir fangen an mit wahrscheinlich den größten film gut man muss auch bedenken jetzt ist hier nur ein import ich hätte gerne gut ziel aber so kommen mit rein genommen den film ich habe mir auch rechtzeitig bestellt bei zabi ich habe bis heute immer noch nicht bekommen da ist jetzt schon ungefähr 14 tage unterwegs und echt scheiße also ich hätte gern mit rein genommen ja ich mache sowieso ein einzelvideo was da kommt wird es sehen aber ich warte hier schon seit wochen 14 tage um genau zu sein aber es kommt einfach nicht ja ich habe es halt normal fast ich hätte mit sendungsverfolgung machen müssen aber ich habe bei zabi halt noch nie was bestellt hoffentlich ist er nicht weg immer spannend vielleicht licht auch beim zeug kenne ich da auch nicht so aus mit dem zoll und so ob das dann 14 tage licht oder eine woche dass das deswegen so spät kommt mal gucken andere kolleger den am selben tag verschickt bekommen da den auch noch nicht mal gucken wird ja sehen ich werde gleich das video einzeln video machen wenn ich ihn habe ja beginnen wir jetzt hier mit justice league das ist ja in deutschland auch raus gekommen also ich habe ja noch ein paar importe das ist aber tom und jerry little things aber die sind halt normale blu-rays die gibt es halt nicht in 4k wird es die in 4k geben hätte ich die wahrscheinlich auch in 4k geholt und ja ich habe wie gesagt immer noch nicht gesehen geht auch stolze vier stunden also man muss so kurz die disk wechseln auch die 4k also was wahnsinn ist also hier zwei disk jeweils die 4k und die blu-ray also man muss die beide wechseln ich habe immer noch nicht gesehen ich habe ja wie gesagt kein sky ich konnte nicht gucken brauche ich auch nicht ich habe jetzt gewartet also für mich ist das nicht schlimm ich wort auch gerne bin echt gespannt also ich bin auch einer der den die kinofassung gar nicht so scheiße fand also weiß auch nicht was alle bei denen hatten aber ja dass das liegt einmal dass die erste 4k dann media book haben wir endlich mal wieder media book gegönnt und unboxing werde ich auch nicht machen weil das haben schon so viele gemacht ich wollte eigentlich nur die mw holen ganz normale standard mw bei 4k immer gibt es ja nicht warum weiß ich nicht kochfilms das muss so ding kommt nämlich noch weil hier ist auch die ultra die blu-ray also die 4k hier ist die blu-ray 3d blu-ray wer hat noch ein 3d red ich kenne kein ultra die blu-ray klaus gibt noch ein paar aber ja der film kam ja bei uns gar nicht im kino ich da ist auch schon eine weile draußen hat davor dings gedreht wie heißt er ja jetzt komme ich nicht auf den namen terminator dog fate und killing gunter da kann mir bei uns auch erst zu spät ja mal gucken ist ja so fantasy abenteuer film auch ein richtig dicker klopper iron mask so dann hätten wir als nächstes das ist zum beispiel mal ein älter den ich mir im 4k gut dabei dann top preis hatte auch hier watch 4k urd movies und ps5 ja nochmal schön werbung machen von weiter von sony ist erne hier oben ist ja von sony der film kann man noch mal ein bisschen werbung werbung machen vorher war es ja immer ps3 war auf die blu-ray watch on ps3 stand halt drauf und jetzt gibt es halt auf der ps5 ist ja auch 4k jetzt kann man sich gucken ich hatte vorher immer die series x ne nicht series xbox one x hatte ich und immer noch film kenne ich auch noch gar nicht und da ich dachte mache in der ersten richtung auf 4k dann film wollte ich mir bestellen ich hatte den sogar im januar da hatte ich oder ich hatte vor nur von denen auch geredet dass mir auf den freu das war wie nur mutens ich habe nicht gekauft ich weiß nicht warum so januar da hatte ich ganz wenig eigentlich nur an filme kauft da musste ich sogar einen sonntag glaubt kein video machen hier der outpost ich glaube hier ist nur die 4k drin von euro video da kann mir die blure im club april kam der raus in april kam der raus auf 4k hatte ich mir gleich bestellt ich glaube hier ist nur die 4k ich weiß nicht hier steht halt ultra die premium blu-ray ja also der film soll ja echt gut seine später mit scott ist ist gut ist das sohn von glint ist wird und volendo bloom da soll aber nur ganz wenig mitspielen hat die 4k habe ich eigentlich auch noch nirgends wo ich sehen die eine vorgestellt hat wir haben mal gucken kam letztes jahr sogar im kino ganz kurz bei uns nur eine woche machen wir weiter mit 24k film einer und da kam sogar im media book erst im februar auch der letztes jahr noch im kino lief dem mortuary dem mortuary oder dem mortuary ich glaube dem mortuary jeder tod hat seine geschichte ist ein episoden film episoden horrorfilm kommt mit sechs oder acht episoden geschichten mal gucken manche sind gut sein manche nicht ja kam jetzt hier als immer heraus hat mir erreicht ich brauche jetzt kein media book meine kostet 13 euro weniger oder 14 euro weniger als media book reicht mir hier ist auch nur die 4k das macht der gay bleibt immer dafür machen die in toppreis dem motto mortuary oder mortuary dann auch von cape leite kommen gibt es aber auch keine 4k kein media book meine ich hier gab es kein media book am gleichen 4k er spielt immer aber hier sieht man 4k ultra d sie auch hier hatte er die big ugly mit winnie jones und von püren was ich vorher auch nicht wusste habe ich jetzt hier von öfteren schon gehört winnie jones ist ein fußball also fußballspieler war aus england ich wusste das gar nicht habe ich nie gehört also nie gewusst war ich wusste nur hier totes kandidaten hat der gemacht irgendwie ja da war böse irgendwie hatte da was ich finde den geil also so als bösewicht selbst schon in die jahre gekommen ist klasse alt der film soll echt gut sein der big ugly ja hat ja auch cinema nur vorstellt und eine review gemacht wer da ein bisschen mehr wissen will dann auch noch einen neuen film den hatte ich sogar schon in anderen update das kommt wahrscheinlich noch aber ich habe jetzt rein genommen weil ich alle vier filmen zeigen wollte die ich dieses jahr gekauft habe also jetzt haben wir fast ein halbes jahr um halbzeit quasi und ja ist halt wenig aber es geht wieder los kinos öffnen filme kommen geil also jetzt geht es ja glaubts im juli geht schon los da kommt schon gleich kommt gleich im glaube mitte juli 22 ich weiß nicht ganz genau da kommen auf jeden fall wong turn da kommt nicht im 4k aber morte kumpel da freue ich mich auch schon haben auch schon eigentlich fast alle geguckt aber ja ja dann so ab oktober kommt der quite place die kruz da kommt glaube erst november aber jetzt geht es endlich wieder los da freue ich mich auf jeden fall dass dann wird ein paar filme kommen ich denke mal so dann oktober november dezember also kommt ja noch der mit tom holland chaos walking ich denke mal quite place vielleicht auch oder wenn ich november aber so ende oktober anfang november bist und dann dezember dann kommen endlich wieder große filme er hätte man hier es wird notice ja zum film ist sowieso wenig wie stopp langsam bloß in tunnel halt sein mal gucken mit hier auch anti circus auch richtig geile schaust der bei black panther da zu früh na ja ich will nicht so viel verraten ja was soll ich hier noch sagen wonder woman der film ist ja schon seit märz draußen dann kommt er bei uns im september da läuft ja gerade im kino bei uns endlich hat es kann nur noch den kino bringen dann können sie endlich auf blu-ray bringen die warten ja immer noch kann man als premium video die laien kaufen interessiert mich nicht dafür also das heißt interessiert mich nicht ich habe mir jetzt aber ach man ich habe mich echt jahre weiter film ist echt nicht gut also der erste teil war für mich einer der besten die sie filme aber zweit ist ein geiles cover alles aber irgendwie hat bei mir nicht gezündet wie sagte sich die italienische die hat der deutschen ton und kommt erst ein dreiviertel jahr fast später aber ja ich habe auch nicht den vollen preis wieder bei uns kostet 36 90 die spinnen doch bei amazon für eine normale 4k den jetzt kommen auch ein paar filme schon die gesehen habe da kann ich auch was zu sagen wer den noch nicht gesehen hat follow me ein echter geheimtipp also was wo ich da überrascht wirklich das war ein richtig geiler film geht hier um eine gruppe um hier youtuber sozusagen also es ist kein billig horror film so ein trash oder sonst so was wie sagt die von hier nach ich weiß gar nicht mehr nach wo moskau moskau von und ja bis sie dann wirken es ist kein spaß und kein spiel mehr das ist realität er fängt an finden halt noch alle lustig bis dann irgendwann einer abgemogs wird und dann ist natürlich nicht mehr lustig und wirklich echt geil also ich war echt überrascht weil viele sagen ja nur 8 15 fand ich gar nicht wo echt überraschung ich habe den erst im januar bekommen haben dann ein bisschen später geguckt und klasse film lief ja auch damals kurze zeit im kino ja dann film den ich noch nicht gesehen habe dass der hellboy call of darkness habe ich mir bis jetzt noch nicht angeguckt ich habe dies ja auch erst geholt da ist ja auch schon seit längerem draußen weiter war jetzt ganz billig 16 euro so und deswegen habe ich mit dem mitgenommen ich habe immer noch nicht geguckt ich habe mich immer noch nicht dazu entschlossen hin zu gucken weil so echt schlecht sind und hier david hauber meine ich ist das ja ich traue mich nicht ich traue mich nicht da machen wir weiter auch den ich schon gesehen habe queenland war ja einer er hat der letzten filme die letztes jahr noch im kino lief man muss oktober meine ich oktober ja eine woche vom lockdown meine ich so 22 oktober sollte auch erst dezember bei der amys kammer gleich auf 4k auf 4k sei schon ich glaube nur plurian dvd sogar also da kam dann nicht es kommt ein zweiter teil es hat auch mit dem kinostart nicht zu tun klar erst weltweit im kino laufen noch gar nicht so schlecht ich weiß jetzt nicht wie viel kostet irgendwas bei 50 millionen hat er auch nur ein gespielt also hat nicht viel gewinnen macht wenn jedoch david die stadt überall hat echt gut kasse gemacht dass wir haben sie entschlossen zweiten teil dass ein zweiter teil kommt hat auch sage ich mal na gut ein offenes ende nicht wirklich na gut wie es weiter geht könnte man schon erzählen ja hier einen katastrophen film wie 2012 erwartet da wird auf jeden fall enttäuscht der film hat auch gute effekte muss sagen ist jetzt man merkt hier sind keine 200 millionen dollar eingeflossen hat aber gute effekte geht halt um javid butlers familie die nach grünland teilt wird das ist halt die story man begleitet die die ganze zeit und ja auch auf dem flughafen und so könnte schon ein bisschen zu der jetzigen zeit passen so damals wohl mit dem klopapier wo es sich drum getroschen haben und in ebay und war schon lustig ja dann habe ich noch vier filmen reihe die jack wine reihe die von andreas bekommen habe das video müsste auch schon online sind glaube er sei mal hier das kartell jack wine film reihe das kartell er wissen fort dann jagd auf roter oktober mit john connery alec bordwyn dann der anschlag also das ist alles jack wine die jack wine film reihe steht ja auch drauf hat ist nichts besonderes patrick games auch immer die original titel also hier steht ja jack wine film reihe sind halt die vier filme und den anderen habe ich sogar schon ja ich jetzt nicht bei hand also jack wine shadow recruit das ist ja der mit chris pein genau ja das war das update das was für update ja es war nicht viel aber besser als nichts würde ich sagen wie sagt die jack wine filme werden queen land werden help wir hatten follow me wonder moment 84 ss the big ugly wie sagt auch keine monster filme keine großen blockbuster motto wie outpost in the line of fire justice league und iron mask weil es kam auch keine großen blockbuster aus deswegen auch wird sagen bedanke ich mich versucht ja jetzt im nachhinein ich merke dass das video abgebrochen hat zum schluss ich wollte ja noch die verabschiedung sagen auf jeden fall schreibt was du die filme in kommentaren wenn du sie kennt welche wir schon gesehen habt welche könnt ihr noch empfehlen und welche fand ich ja nicht so gut ist ja auch mal interessant ja sonst gibt es nichts weiter zu sagen auf jeden fall alle neuen zuschauer die neu auf dem kanal sind lasst gern mal ein abo da und aktiviert die glocke wie gesagt xxr update kommt jeden sonntag das war jetzt mal zwischendurch vielleicht mache ich auch die 4k videos immer zwischendurch jetzt habe ich irgendwie auch vielleicht bock aber es werden nicht sehr viele weil ich habe jetzt auch nicht so viel naja vielleicht möchte man mal ein paar weniger muss ich mal gucken auf jeden fall wollte ich mich freuen wenn du das nächste mal wieder entscheidet und da sage ich ciao und bis demnächst